nein der zweite schaut schon wieder aber eben aller bonheur man eine absolute glückshaffe for real glück mehr nicht mal trifft jeder burst einfach in seinem gesicht oder mal einfach gar nichts es ist jedes mal dasselbe spiel freunde jedes mal einfach ein witz oder holz hat der typ er nervt mich ziele verfahrt mich nicht was du w 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 Unter vielen Claps ist immer ein Tryhard. Aber auch damit können wir umgehen. Wo ist diese Kiste hier? Zur Hölle habe ich 10 Minis, ja man. Oh meint, ich frag gar nicht. I take and I go, ok? Ok. Naja. Ok. Die Akama kennt sie doch. Ok. 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 Das geht schon. Keine Ahnung, blaue Frontmann. Ausgejumped? Ja. Oh, der ist ja aggressiv. Ey, was macht ich hier? Wow, netter Versuch. Okay, diegel. Jetzt noch Spaß. Ich habe alles, was man braucht für dieses Spiel. Alles. Ausnahmslos, man. Außenwinzel ist die Waffe. Nee. Ich habe nichts, aber auch gar nichts getroffen. Neverminds. Oh, stimmt den Dusty. Obwohl, ich kam ja aus, Dusty. Schön zu sagen. Das war mein Toll, bro. Und dann beide Teams auf einen Schlag. Wie habe ich das denn überlebt, bro? Ich habe die Bandos gesehen, aber ich wollte noch gucken, ob der ein korrektes Lagerfeuer am Start. Ich werde das στη Kunst. Okay. 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 Das war's für heute. Das sind auch beste Waffen, ich weiß. Drecksgame, dreckiges Drecksgame, Alter. Ich konnt's nicht placen, bis ich wieder geendet hab. Ach man, das kotzt mich so an. Sechs Schaden for nothing, bro. Sechs Schaden. Das war mir so klar, dass ihr so One-Shot seid. Das war mir so klar. Aber das Problem ist, es ist halt noch ein komplettes Team am Leben. Lagerfeuer. Madkit. Und Legy for E. Top! 20 Bombe! Yaaay! Untertitelung des ZDF, 2020 Was war das bitte? Was schätzt ihr so? Was konnte das jetzt für ein Shot sein? AK-Headshot oder so, ich weiß es nicht man 3, 2 und 1 Die haben Zone, ich bin so am Arsch Bro Ich habe verloren, die haben einfach absolut Zone, guckt euch das an Mich musste ich einfach zu den Moven Was soll ich machen Chats? Oh Gott, ich habe Oh Gott, ich habe Ach, Lost bist du Bro, Lost, Lost, lass gut sein Lucifer Die hatten aber absolut Positioning, aber absolut Mann GG's Bro, GG's Boys and Girls, I take, I take 23 für die erste Solo Squad Runde, warum nicht? Warum nicht? Zum Glück waren die so dumm, Alter Wir haben auch so eine Zone Wenn die, aber To be honest Wenn ich jetzt mit einem Kollegen bin Und jetzt spiele und ich sehe da eine Person Ich weiß, das ist der letzte Dann gehe ich den auch pushen im Public Das juckt ja nicht Warum sollen die da auf Wind spielen? Hätten die aber auf Wind gespielt? Ich wäre Am Arsch, Alter, ich wäre am Arsch Hier im Waden können die ganze Zeit auf mich schießen Rocket Launcher, die ganze Zeit alles reinsprayen Alles weiter Dann wäre ich am Arsch Aber Wir dachten, ey komm, das ist der letzte Das war ihr Fehler I take 23er